Wenn du sagst, okay, wie ist das, gehen die denn alle in die Hölle? Die richtige Antwort wäre zu sagen, Der Raff Raff fragt, Hallo Klaus, um ins Paradies zu gelangen, ist es laut Christentum Voraussetzung, an Jahwe für die Juden und an Jesus Christus zu glauben. Ich gehe davon aus, dass Milliarden von Menschen gestorben und immer noch sterben, die nicht daran glauben, landen diese dann alle in der Hölle? Ist Rettung nach Glauben nicht ungerecht, da jeder Mensch verschiedene Voraussetzungen bringt? Ich meine, ich bin in Europa aus einer christlichen Familie geboren, stehen die Chancen viel besser, wie wenn ich zum Beispiel in Arabien, Asien usw. aufwachse und dort einen ganz anderen Hintergrund habe. Land, Familie, Glaube, Kultur. Da wollte ich jetzt nichts schreiben, weil ich dachte, boah, das ist mündlich ein bisschen einfacher. Und der Raff Raff hat das akzeptiert und deshalb wollen wir uns das mal angucken. Also, es gibt über dieses Thema viel zu sagen, viel zu ohne jetzt, dass ich eine absolut endgültige Antwort habe. Aber es gibt so ein paar Pflöcke, die man einschlagen kann. Ein, was ich dir grundsätzlich raten würde, ist, lies mal den Römerbrief. Von Anfang an durch, da werden solche Fragen behandelt, beziehungsweise findest du da zumindest Teilantworten drin. Ein, was zum Beispiel, dass die Grundlage, das macht der Römerbrief sehr gut deutlich, schon in den ersten Kapiteln, alle Menschen sind verloren. Es gibt nicht, dass jetzt eine, ein Volk irgendwie bevorteilt wäre oder bevorteilt, sagt man so, im Vorteil wäre, weil sie nicht verloren sind oder sowas. Grundsätzlich sind alle Menschen verloren. Kein Mensch hat eine Entschuldigung. Nicht die Juden, weil die haben das Gesetz. Und nicht die Nichtjuden, weil die haben zumindestens ein Gewissen und die haben auch die Offenbarung in der Natur, durch die jeder Mensch erkennt, es muss einen Schöpfer geben. Und da gibt es auch interessante Kommentare, selbst von Atheisten, die dann doch sagen, ja, es sieht ja schon irgendwie so aus, darf halt nicht, will halt nicht, aber es hat kein Mensch eine Entschuldigung. Und wer dann, aber obwohl er nicht ins Volk Israel zum Beispiel geboren ist, trotzdem diesen Gott sucht, da ist, glaube ich, eine ganz andere Grundvoraussetzung da. Weil Gott möchte alle retten. Das ist was anderes, was ich lese. Und ich als Christ vertraue der Bibel und wenn Gott sagt, er möchte alle retten, dann weiß ich, er möchte alle retten. Es ist nicht so, dass er sagt, ha, Bösch gehabt, falschen Platz geboren, Bösch gehabt. So nicht. Wie er das anfängt, da kann ich dir nicht alles sagen. Aber nochmal, ich kann dir diese Pflöcke sagen, diese Pflöcke kann man einschlagen, alle sind gleich, keiner hat eine Entschuldigung. Gott möchte alle retten. Und, ja, aber wie er es macht. Ein grundlegender Punkt dazu ist, dass wir Gottes Retter Jesus verkündigen sollen. Das ist dann Römer 10 zum Beispiel, wo gesagt ist, dass die Leute, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Und wie sollen sie hören, wenn keiner verkündigt? Und wie sollen sie verkündigen, wenn keiner hingeschickt ist? Also, wir sind geschickt, wir sollen verkündigen, damit die Menschen glauben. Das ist also schon auch ein ernster Auftrag. Wenn du sagst, okay, wie ist das? Gehen die denn alle in die Hölle? Die richtige Antwort wäre zu sagen, Herr Jesus, sende mich. Der vielleicht ganz zentrale Punkt ist, letztlich ist Gott gerecht. Nochmal, wie er das genau anfängt, wie er da eine Gerechtigkeit schafft, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, Gott ist gerecht. Ein, was ich weiß zum Beispiel, dass selbst in islamischen Ländern, wo nie ein Missionar hinkommen kann, dass da Leute Träume und Visionen haben, dass da Leute so auf eine ganz andere Art und Weise auf die Suche geschickt werden nach Gott, das gibt es auch. Es ist jedem Menschen, oder andersrum, es wird gesagt, dass es keinem Menschen zugesagt ist, mehr als zwei oder dreimal quasi von Gott angesprochen zu werden. Aber im Umkehrschluss heißt das, ja, zwei oder dreimal ist schon eigentlich, dass dem Menschen zugesagt, dass Gott anklopft. Was natürlich einerseits eine große Verantwortung birgt, wenn ich weiß, eigentlich hat Gott bei mir schon zwei, dreimal angeklopft. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass er es nochmal macht. Aber andererseits kann einem das auch beruhigen, okay, Gott sagt, jeder Mensch wird zwei oder dreimal irgendwie angesprochen von Gott. Und im Endeffekt nochmal, Gott ist gerecht, wie er es macht, keine Ahnung. Gott hat auch Geheimnisse, die er mir nicht erklärt, die er vielleicht keine Menschen erklärt. Aber was er ganz klar sagt in seinem Wort, wo extra diese Frage gestellt ist, ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Auf keinen Fall. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Also Gott wird die Welt richten. Das heißt, er ist auch ein gerechter Richter. Und da wird sich keiner beschweren, ah, ich habe nicht die Chance gehabt, ah, ich bin in Indien geboren, ah, ich, äh, wird keiner kommen. Jeder Mensch wird erkennen, ich hatte die Chance. Und ich hätte das machen können, was ich hätte machen müssen. Und habe es nicht. Oder ich habe es doch gemacht. Und, ja, also es wird sich keiner, es wird keiner ungerecht behandelt. Gott wird gerecht richten an dieser Stelle. ich werde ich das mal anschauen. ich werde es das mal anschauen. Vielen Dank.